Wir sind hier auf der Landesstraße zwischen Neustadt und B31, Abfahrt Neustadt-Ost. Hier hat sich ein Verkehrsunfall ereignet. Ein Lkw hat Ladung verloren, schwere Stahlplatten. Und ein Pkw war stark beschädigt hier vor Ort und wurde auch von der Stahlplatte beschädigt. Man kann von Glück sprechen, dass tatsächlich nicht mehr passiert ist, weil die Stahlplatten wäre sicher ein ganz dramatisches Bild gewesen, wenn die direkt in das fahrende Auto gestürzt werden. Jetzt haben wir eine Fachfirma angefordert mit Bergegerät, Stapler oder Radlader, der die Stahlplatten dann entsprechend aufnimmt. Das wird jetzt sicher noch eine Zeit lang dauern, bis wir die Fahrbahn wieder frei haben.